Willkommen zur Stubenphilosophie mit Oskar. Heute Bundesliga. Lieber Gott, du sollst dich schämen. Was soll das mit Werder Bremen? Bayern, München, Leverkusen. Scheiße 04, all die Flusen. Hauen wir dir aus dem Schesel. Heulen wirst du wie ein Mädel. Selber schuld, was soll der Dreck? Mach endlich Scheiß an Pauli weg. Und wenn du fertig bist, steig ein in den Bus nach Hoffenheim. Stuttgart sollst du nicht verschonen. Die Reise soll sich schließlich lohnen. Und ehe ich mich hier versehe, erwischt es auch den BVB. Der Gladbach sowieso absteigt, wird es jetzt auch für lauter Zeit. Nur die Freunde aus Hannover, haust du bitte nicht vom Sofa. Zurück zu diesem Fischerdorf. Du nimmst bitte Holz und Torf, Ölbenzin und Spiritus, weil es gut brennen muss. Nützlich wäre auch Kerosin, damit die Opfer sich verziehen. Und ein Streichholz brauchen wir, in alter Brandstifter-Manier. Dem VfL dann bitte auch, mit Dieter Ennis diesem Lauf. Und da ich schon so fröhlich schimpfe, ab auf dem Müll mit Mainz 05. Nach Liga 2 gehen auch drei Schwerter. Eins für Bochum, zwei für Hertha. Rostock blieb erstmal verschonen, weil es sich für die eh nicht lohnt. Am Ende bleibt nur Schwarz-Weiß-Blau. Mein heißgeliebter HSV. Sie müssen wir auf Schwarz-Stein arbeiten. Vielen Dank.